Hallo? Hallo? Hörst du mich? Hallo? Ich kann dich nicht verstehen. Hallo? Ilya? Hast du was gesagt? Nee, hallo? Du zuerst. Nee, red du zuerst. Alles gut. Nein, nein, du. Ilya? Was? Die Verbindung ist so schlecht. Dein Bild ist weg. Mann, ich kann dich auch nicht verstehen. Wir müssen ausbrechen. Bist du da? 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 Da! Entertainment. Greifbar. Echt. Direkt. Fokus. Einmalig. Direkte Emotion. Präsent. Immer. Willkommen zum Theater-Podcast vom Thalier-Theater. Das Tee im Kreis. Oder das Tee im Kasten. Heute ein kleiner Einblick in die Zoom-Proben vom Thalier-Theater. Ich gebe weiter an Niklas. Hallo. Hier könnt ihr einmal meine Probebühne sehen. Das ist mein Zimmer. Ich bin 23 Stunden am Tag. Die andere Stunde sitze ich entweder auf dem Klo oder hole mein Ess von der Küche. Und dann mache ich das weg. Jetzt kommt die Umgang vorbei. Und deswegen juckt es auch nicht. Ich kann euch die ganz genauen Fussel nennen, die hier im Zimmer sind. Da ich nichts zu tun habe und keinen Staub wische. Und hier in der Schaltestuhl, auf dem ich die ganze Zeit sitze, meinen Buckel bekomme und den nichts zu tun habe. Dankeschön. Ein Schauspieler an einer Zoom-Konferenz ist wie ein Fisch an Land. Dankeschön. Warte. Das Netz ist hier voll schlecht. Warte kurz. Oh, ja. Du musst doch auf mein Bild hören, weißt du? Was? Du musst auf mein Bild hören. Warte, warte, warte. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Kannst du deutlicher sprechen? Benutzt mal ein bisschen mehr dein Zwerchfell. Ist das deine Stimmstücke? Weiter. 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 Ich sehe sie nicht. Oh, Fati. Oh, Fati. Oh, Fati. I'm so sorry. 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 Sorry, mein Internet war schlecht. Oh, Fati. ChI T enhancement war. 'schau. Bis zum nächsten Mal.